Musik 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 Ja, das sind so unsere Themen. Ich bin schon total abgeschweift. Wir wollen natürlich, dass die Redner hier am Mikrofon... ...aber es war wirklich richtig gut und es war super, dass wir gefahren sind. Und wir sind eigentlich jetzt noch geflasht von dem Kühlort und von der Stimmung, die da war. Und es waren auch sehr, sehr schöne Redebeiträge. Die polnischen Behörden, die, ja, die kontrollieren das nicht so sehr und sind auch mit dem Verhängen von irgendwelchen Bußgeldern, ja, sehr, sagen wir mal, sehr zurückhaltend, um das mal vorsichtig auszudrücken. ... ... ... ... ... ... ... ... ...